hallo und herzlich willkommen bei red or gamble ich bin heute wirft die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel brave soul viel spaß und jetzt geht es los stadt war das spiel ich hab's noch nie gespielt das ist erst mal deswegen seit hier ist auch schon am startbildschirm dabei bin ich aufgeregt kein sound so an das finde ich jetzt ein bisschen komisch also das glacken ist da aber sonst kein sound dann muss man das irgendwie erst einstellen so 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 Oh, ich hab ein Panda. Kein Ausrüstung. Was kostet Diamanten? Ich hab noch keine Herzen. Darfung, wie schön ich ihn darfung? Nur? Wie? Ich hab noch keine Herzen. Ich hab noch keine Herzen. Nee, die wollte ich nicht. Ich möchte die nicht weit aufhören. Nur die epischen. Die ganz vielen Sterne. Ich hab gerade nachgeschaut, wie spät es ist. Boom. Ja, was mit achten? Ach, so bin ich aufgeschnackt. Tja. Mein zwei. Zack. 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 Es ist ziemlich spüchig, so es ist halt. sind es so einsam oder ich weiß es nicht so 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 Wofür ist das? Ah ok, das ist die Schniede, so ein bisschen Ähnlichkeiten wie, ähm, äh, AFK Arena. Ah, das ist die Schmerz. 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 Ah, hier ein neuer. Ah, das ist die Schmerz. 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 Ah, so. Ach so. . . . . . . . . ... ... ... Hm. Schütten nach oben richten, ne? Ist der auch legendär? Muss ich gleich nochmal gucken. Mates. Haben wir hier noch Friends? Mates. 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 Okay. Okay. So. Jetzt müssen wir kurz gucken. Wo drüber konnte man nochmal die Leute hoch und drunter schieben. Hier war das. Der muss. Da rein. Das war's. Also ich hab hier jetzt. Drei goldene und zwei. Also drei legendäre und zwei epische. Okay. Schauen wir mal. Easy. Dann schaue ich nochmal schnell nach. Andere. Also. Dann mal hier. Passt. 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 Ich hab diese Steine nicht Ich hab die Steine nicht So, haben wir haben? Davon habe ich jetzt so 5 Stück. Auf 0, 5. Schauen wir mal nach. 1, 2, 3, 4, 5. Ich möchte doch legendär sein. So, ich nehme jetzt den Nächsten wieder. So, ich nehme den Nächsten. Ich nehme den Nächsten. So, 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 ich nehme den Nächsten. Okay. Jetzt habe ich alle roten Punkte weg. Ich würde mal sagen, jetzt sind doch die 10 Minuten schon vorbei. Ich möchte mal noch einmal kämpfen jetzt mit meiner richtigen Aufstellung gegen einen Boss. Alle da. Und was Neues. Und jetzt sollen wir tausende rote Punkte jagen. Da sind noch rote Punkte. Okay, welche Sache. Zup, 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 zup. Jetzt wollen wir Main City an. Main City, Main City, Main City. Main City. Okay. So, wieder eine rote Punkte weg. Und dann würde ich mal sagen, das war es jetzt. Exit. Wow. Gut. Dann sage ich mal, Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du auf den Exit dabei sagst. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Genau.